heute mal ein etwas anderes video auf den outdoor kanal ich habe es leider immer noch nicht geschafft großartig neue videos zu produzieren aber es wird sich ändern ich verspreche es euch der stress war einfach zu viel es gibt auf den kanal deswegen heute ein katzen video von der freundin aufgenommen und geschnitten vor vielen vielen jahren und ich finde es hat seine berechtigung es ist total süß noch in guten alten 720p zeiten aber man muss auch mal was anderes machen und wir wissen ja alle youtube ist groß geworden durch katzen videos und irgendwie die katzen sind auch draußen unterwegs passt es ja so ein kleines bisschen jetzt also viel spaß mit den katzen video so 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 so